Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC-Type 2. Und heute wollen wir mal kein Prozessor bauen, sondern eine Grafikkarte. Dazu muss ich 50 Dinge haben und 30 Mille, 30 Mille habe ich, wie man unschwer da oben erkennen kann. Und ich würde sagen, wir ballern jetzt unser letztes Handy raus. Also das ist ja hier das V20. So, nicht wundern, ich esse wieder ein bisschen. Ich habe Hunger, sorry Leute. Ja, boah. Das hat einfach fast eine Billiarde. Ja, großer Stand rein da. Eine Billiarde haben wir. Das schmeckt. Jetzt eine Billiarde verdient. Das ist geil. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir sie zwei Billiarde erreichen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall 50. Wir gehen jetzt hier erstmal rein und gehen mal in Verbesserungen. So. Wir können natürlich auch ein Mainboard machen. Oder RAM. Aber wir wollen erstmal eine Grafikkarte machen. So. So. Haben wir freigeschaltet. Ähm. Ja, warte mal. Wir können das hier weiter locken lassen. So. Wir wollen ja jetzt hier mal ein bisschen die Grafikkarten. Hm. Ja, gibt es auch wieder ein paar Dinge, die man hier einstellen kann. Alles klar. Jetzt schon wieder alles weg. Egal. Wir kriegen ganz schnell wieder neue durch die Tengenzer. Okay, so. Perfekt. Na, es läuft. Es läuft. Unser Business läuft. Mal kurz gucken, was man hier denn noch so freischalten kann. Also man kann hier einmal ein Mainboard, ein RAM. Also Arbeitsspeicher. Netzteilen. Okay. Oha. Eine Festplatte. Ein Betriebssystem kann man sogar machen. Laptop, Monitore und Computer. Den sollte man was. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Daher sind einige Funktionen noch nicht verfügbar. PC-Bild wird in zukünftigen Updates hinzugefügt. Aber man kann trotzdem ein PC machen oder was. Egal. Das ist geil. Das ist geil. Ich glaube, das gab es hier auch noch nicht. Das ist, glaube ich, neu. Das hier. Finde ich geil. Monitore weiß ich auch nicht, ob das schon gab. Ich denke ja, aber auch nicht. Ich glaube, das Betriebssystem war sogar das letzte. Was ist das denn hier? Ach ja, die Festplatte, genau. Schon wieder vergessen. Na, wir brauchen aber jetzt erstmal eine eigene Grafikkarte. Und dann können wir hier erstmal wieder ein bisschen was upgraden. Jetzt habe ich hier sogar noch 69. Oha, GDDR4 ist natürlich sehr gut. Ja, das andere ist hier nicht. Ich brauche Punkte. Wir haben hier 5%. Ich würde sagen, wir machen hier überall mal 5%. So. Okay. Hm. Ah, wir sind hier. Ja, Fans sind wir irgendwie noch so weit unten. Ich weiß auch nicht. Egal. So, okay. Hm. Was machen wir dann jetzt? Ich würde sagen, HDMI-Anschlüsse. Die sind sehr wichtig. Da können wir nämlich auch mehrere Monitore dran anbringen. Und ich habe vergessen, meine Fische zu fördern. Leute, wartet kurz. Okay. Ich bin wieder da. So. Weiter geht's. Okay, wir haben jetzt nochmal hier 350. Würde ich hier nochmal reinpellen. Eigentlich hier auch in diese... ein Dinger hier, wo nur so wenig kostet. Ich hol mir mal kurz eine Flasche. So, da habe ich die Flasche auch. Nein, Leute, heute ist ein bisschen chaotisch. Also, heute ist ja Montag. Für euch ist es dann Dienstag. Aber es ist schon wieder so chaotisch. Der Tag heute. Ey, wir hatten gerade die zwei... Jetzt haben wir die wieder. So. Okay. Gehen wir jetzt hier nochmal rein und kaufen jetzt mal hier kurz so die ganz günstigsten. Hier auch die ganz günstigsten. So. Äh. 20. Haben wir einen noch für... Ah, nö. Oha, wir sind jetzt Stufe 42. Äh, was? Ja, um 50%? Zack, zack. Warte mal. Irgendwo konnte man doch... Oha, ja, hier. Veröffentlichungszeit... Äh, Datum. 2019. Ach, die vor 20. Wertung 05. Ah, wir haben einfach Minus da mitgemacht. Stark. Aber wo haben wir den Minus gemacht? Wir haben doch eher Plus gemacht, wie man hier unschwer erkennen kann. Egal, wir gehen jetzt hier mal weiter rein. Okay, ich würde sagen, wir ballern das jetzt erstmal raus. Wir nennen das STGM-Grafik. So. Und das ist natürlich die V1. So. Ballern wir mal alles hoch, was wir können. Tja. Also bei Speichertyp sind wir eigentlich ganz gut, aber hier bei Speicherfrequenz und sowas, da sind wir, äh, in der Niete. Das ist jetzt ja... Die Kühlung muss höher als die Wärmeabbreitung sein. Wo ist denn die Kühlung? Gucke ich gleich mal. Ah, hier. War die Kühlung. Grafikdesign. Wir gucken mal, was wir haben. Also wir haben hier... Fünf? Fünf. Fünf können wir nehmen. Sieht doch gar nicht mal so gut, äh, schlecht aus. So, Hintergrundbeleuchtungsanimation auf jeden Fall. Boah, das sieht geil aus hier. SM-Grafik-V1. Das schmeckt. Das Schriftart können wir eigentlich so lassen. Box-Design machen wir acht. Machen wir das hier, so. Oh, wir sind noch unter dem Dingens. Machen wir mal 515 Dollar. Zack. Ich glaube, das wird jetzt ein Reinfall. Deswegen mache ich nicht ganz so viel davon. Ich würde sagen, so 500 Millionen oder sowas. Oder? Was ich mache, ist trotzdem hier die 100 Millionen rausbannern. So, ich würde sagen, wir machen hier mal so... Ja, komm, 700 Millionen, die haben wir doch. Ja. Ja, gut, dass ich nur 700 Millionen reingemacht habe. Auf hier... Wir kommen auf Platz 44. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so geil ist, auf 44 zu kommen. Ich denke mal eher nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, ich warte jetzt hier einfach nochmal ein bisschen, bis ich hier alles, ähm, ein bisschen mehr habe. Mal sehen wir uns einfach gleich wieder. Da bin ich auch wieder. Und ich habe jetzt hier auch reichlich Kohle und das. So, wir ballern jetzt hier erstmal das hier direkt rein. Denn die Dingens, warum können wir hier nur... Ach so, weil wir das ja verbessern müssen. Okay. Machen wir einfach mal. So. Dann kriegen wir natürlich auch mehr Käufe dadurch. So. Okay, so. Äh, um 50% der Höhen, ja. Gut. Und was wollte ich denn jetzt machen? Und ich habe es schon wieder vergessen. Egal, wir gehen jetzt hier erstmal nochmal kurz bei den Dingens rein. Und grayen hier mal alles ab. Schließlich wollen wir jetzt hier auch mal irgendwann mal alles haben. Dann ballern wir nämlich noch ein letztes raus, würde ich sagen. Bis wir dann wirklich alles haben. So. So. Okay, so. Warte, ich drücke einmal kurz. Nee, nicht auf Info. Ah, wie viel gibt es denn davon? Hallo. Wie viel? Ah, danke. Bei 9000. Stoppst du. So. Tun wir hier nochmal kurz durchklicken. Ah, jetzt sind wir auch hier auf Maximal. Mal. So. Zack. Zack. Studier. Okay, jetzt haben wir hier nämlich alles, ne? Ja. Gut. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist beim Marketing, dass wir verbessern. Okay. Perfekt. Dann haben wir hier nämlich 100% raus. Sind ja keine Schmarspur. So. So. Okay. Zack, zack. Zack, so. Wo sind wir denn jetzt hier bei, bei denen? Da sind wir auch Platz 1 noch. Okay. Ich würde sagen, wir ballern hier nochmal eine V21 raus. Mit allem, was wir haben. So. Das machen wir einfach so. Zack. Okay. Und jetzt ballern wir, sage ich mal, hier in der Grafik Dingens. Einmal alles raus, was wir so haben. Ich fange mal von hinten an, weil da ist man schneller an Maximal. Ah, Mann. Wenn das nicht immer so ewig dauern würde, um hier das durchzuklicken. Ah, danke. So. Meine Güte. Wie viele Tensorkerne gibt es denn? So. Jetzt noch die Kühlung. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Okay. So. Jetzt haben wir es. Railtracing. Kennt das einer von euch? Ist auf jeden Fall geil. Ah, ich drücke das hier einmal kurz wieder durch. Okay. So. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Dorfer vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja. Ab dem Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Stando. Warte. Euer Stando. Ciao, ciao.